Willkommen in diesem außergewöhnlichen Ford Fusion Titanium Calero. Zu euren Erhaltung steht ein CD-Radio Sound 6000 mit Lenkradbedienung und externem Outlooks Anschluss bereit. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Seine besondere Note zeigt der Calero mit dem Aerodynamikpaket außen, abgedunkelten Scheiben hinten, schicken 15 Zoll Leichtmetallfelgen, den Stoßstangen im Offroad-Design. Im Innenraum gibt es ein Haludekor, einen speziellen Schaltknauf, Fußmatten und ein Lederlenkreis. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Darüber hinaus verwöhnt dieser Fusion mit einer heizbaren Frontscheibe, einer automatischen Klimaanlage, Lederlenkrad, Fußmatten, einem elektrisch verstellbaren Außenspiegel, dem Parkpilot hinten und dem Bordcomputer. Für Ihre Sicherheit stehen ABS und 4 Airbag parat. Kopfstützen vorne und hinten, Feinreserverad, Notrad, Nebellampen vorne und Parkpilot hinten. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.